Ich habe TooBad, Tordi und Platin zu einer Runde Monopoly in Minecraft eingeladen. Um das Ganze zu zocken, musste ich mir extra eine Map runterladen, auf der der Brettspiel-Klassiker wirklich extrem gut in unserem Lieblingsspiel umgesetzt wurde. Statt den üblichen Figuren steuert jeder Spieler hier einen Minimob. Man kann verschiedene Strukturen und Biome kaufen und landet statt im Knast in einem Pillager-Outpost. Wie unsere erste Runde in diesem extrem coolen Spielmodus abgelaufen ist und wer das Ganze am Ende gewonnen hat, seht ihr heute in diesem Video. Viel Spaß. Okay, seid ihr bereit? Gehen wir rein. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay, wir würfeln random, um die Zugreinfolge festzulegen, glaube ich. Oh mein Gott! Digga, top 10! Zwölf! Sorry! Ich habe zwei Einser gewürfelt! Wo sind meine Hater? Wo sind sie? Okay, okay, wir müssen zum Start. Wir müssen zum Start. Hast du einen Würfel oder so? Achso, ich würde würfeln. Na, sorry, sorry. Ey, wie süß die Ziegel läuft. Oh nein, das ist endlich süß. Oh, wie süß! Boah, Eisbikes, ja. Eisbikes, aber geiles Biom. Geiles Biom. Geiles Biom. Guck, gekauft, ne? Ja. Boah, okay, okay, okay. Wild, wild. Jetzt bin ich an der Reihe. Let's go! Eine vier. Oh, nee! Oh, nee! Nee! Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss direkt 200 zahlen. Aber für eine gute Dia-Rüstung, weil meine Rüstung ist kaputt. Muss ich reparieren. Boah, ich bin dran, okay. Roll Dice. Boah, Baller! Aber 10 ist, nee, nee, ist nur zu Besuch im Gefängnis. Oder wie wir sagen, ein Pillager Outpost. Boah, uh, Tundra. Ja, ist okay. I guess, ist okay. Nein, kauf nicht, kauf nicht, kauf nicht, kauf nicht. Oh, safe, damit du nicht die Straßen kommst. Da gibt's so Beef zu schnauzen. Oh, ich bin wieder dran. Dann, hä? Würfel los? Oh, ey, was ist mit diesem Mann los? Alter! Hä? Hier, Berlin. Village, oder? Ein Dorf ist krass. Kriegst du alles. Was ist mit dem Typ los, wirklich? Das ist echt krass. Okay, okay, jetzt Comeback. Jetzt Comeback. Keiner hat mich auf dem Schirm. 2, 2, 2. Eine Wasserquelle. Aber ich glaube, das ist sowas wie das Stromwerk. Ja, du hast beide jetzt. Wasserwerk. Nein, ich hab nicht beide. Das andere waren einfach nur irgendwelche steuernmäßig. Da hab ich einfach nur Geld bezahlt für nix. Hier ist eine Lavaquelle. Aber hier hol ich mir jetzt eine solide Wasserquelle. Rein in die Masse. Wo sind die? Ah, hier. So am 1. So kleiner Frosch. Lauf. Oh, okay. Oh, nö. Aber es geht an die Enderchest, oder? Oh, was ist das? Okay, du musst eine Karte ziehen. Oh, was ist denn so Karten? Okay, was kriege ich? Bitte, bitte. Bitte was Schlechtes. Fortune 3 und Tick-Ax. Was? Du bekommst 100 Tacken. Nein. Ach, stimmt. Oh mein Gott, ich bin der Reichste. Oh mein Gott. So wurde ich der reichste Monopoly-Spieler in Minecraft. Oh Gott, sieht gar nicht gut aus für mich. Oh, nee. Boah, Baller. Dark-Obs-Zauberwald. Oh, oh, oh. Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. Oh mein Gott, nein. Nein. Boah, die Minecraft-Station. Auf den Nacken, Jungs. Wirklich, was ist denn? Der ist so stark, ne? Äh, wo bin ich? Hier, los, kleines Axolotl. Sieben. Sieben. Nein. Nein. Herzlich willkommen. Es läuft gar nicht gut. Du willst ein bisschen in meinem Dorf traden, habe ich gehört. Ich würde da ein bisschen Tacken einnehmen. Ähm. Hier, 16 Dollar. Oh, danke dir. 16 ganze Dollar. Übrigens, ihr könnt sehr, sehr gerne jetzt an der Stelle mal kommentieren, wer ihr denkt, wer dieses Monopoly-Game heute gewinnen wird. Ich weiß, für mich sieht es aktuell nicht besonders gut aus, aber glaubt mir, das wird noch was. Ich glaube dran. Mit meinem Minecraft-Cruisen habe ich gehört. Gar nichts will ich. Aber ich kann's mir gerne noch mal was übergeben. Egal, trotzdem noch der Reichste. Oh, danke, ui, oh, danke. Ey, das ist frech, Toddy ist so gut gerade. Wohne will. Unternehmer nenne ich das. Und Platin, ich werde nix sagen, aber bei uns läuft es echt rückwärts und weg ab. Das ist wirklich schlimm. Nein. Oh, Gott sei Dank. Mann, wie komisch. Ich klaue dir deine Sachen. Warum? Warum kannst du mal was bezahlen? Nein. Ja. Das ist eine Straße. Nein, eine Fickstraße, das gibt's nicht. Oh, Souls and Valley auch. Das ist sogar voll die gute Straße, die ist ja direkt hier am Ende. Ja, ich glaube, Geld ist wirklich gut. Haben viele mal gesagt, na, da komme ich, da wird direkt gekauft. Ach nee, doch nicht, ach, das ist die falsche. Da drüben ist das Ende. Aber die ist trotzdem nicht schlecht, ey. Aber ich glaube, so Mittelfeld ist eigentlich ganz gut. Und Souls and Valley musst du durch, um Blazehorts zu holen. Ja, Platin. Oh nein. Oh, ne Bastion. Ja, sehr schön. Gustav, wir kriegen jetzt die hier. Wir machen gemeinsame Sachen. Wir kriegen jetzt die wichtigen, weißt du, die können den Kleinkram hier haben, aber nee, wir nehmen das Wichtige. Oh, ein Parsh. Oh, ne Kiste. Sind wir bereit? Ich bin bereit. Du, 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 du. 200 Tacken. Oha. Nein, 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 du gehst auf die Mushroom Island, wenn du dabei über loskommst, kriegst du 200 Tacken. Wo sind denn die? Hier drüben, ne? Ja, also 200 Tacken. Also 200 Tacken. Boom. Alter. Alter, die Katze macht sich auf den Weg. Nein. Wir müssen aber vorsichtig sein. Er kriegt sonst die ganze lila Straße hier. Oh mein Gott. Ja, was sollen wir denn machen? Oh nein, das kann nicht wahr sein. Oh, über los, 200. Gönne ich dir. Wir müssen konsequent handeln, Jungs. Ja, und zwar, indem wir nicht mit ihm handeln. Boah, ist das frech. Ja, stimmt, du hast einen Fasch gewirft. Du bist fast im Knast. Drei Fasch, du bist im Knast. Das wäre zu Gottlos gewesen. Ein Fasch und du kommst zum Outpost. Oh, schade. Noch mal eine Chance. Komm, zu Mushroom Islands. Ah, 50 Tacken. Ist für dich Kleingeld, ne? Was soll das denn? Ja, wirklich. Oh, der nächste Bahnhof. Das kann nicht sein, die Elytra-Station. Dieser Typ hat so Glück. Ey, das ist Skill, Kollege. Okay, okay, okay. Jetzt wird's, jetzt wird's. Jetzt wird's. Neue Straße. Nein, nein. Ich weiß ja nicht, was du machst. Warum? Aber wenn du ein bisschen mit der Elytra traveln willst, bei mir bist du willkommen. Fuffi, weil du auch zwei Bahnhöfe hast. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, jetzt kannst du weiterfliegen. Oh, eine blaue ist Ende. Nein. Der Mann ist im Ende. Der Glückliche. Ja, das Ding kaufe ich aber sowas von. Das ist stark, das ist stark. Sehr schön. Boah, es läuft gar nicht gut. Zweifel zu schütteln einfach. Gustav, ich glaub an dich. Danke, Mann. Ich hab ja schon eine Wasserquelle. Ja, stimmt. Nein. Und Soulcate Valley. Nein. Oh, Bastion. Aber doch, das ist ja meine. Geh mal her, die Asche. Ja, sehr schön. Das gibt's nicht. Du kannst gar nichts sagen. Oh, oh, oh. Community-Kiste. Komm, gönn uns einmal was. Du hast genug. Oh. Ja. Nein. Creeper-Schaden. Fufi. Sehr gut. Oh, jetzt geht's bergab. Jetzt geht's bergab. Jetzt geht's wirklich. Ich glaub auch. Ja, jetzt wirklich. Jetzt vorbei bin ich. Abfahrt. Sechs. Ja. Was brau... Okay, Wüste. Na ja. Ey, aber haben oder nicht haben? Kostet nur 60. Rein da. Und 200 wegen über los. Ey, man nimmt, was man kriegen kann. Oh, ein Double. Nein, das gibt's nicht. Ja, ich überleg mal. Warte mal. Da musst du nur eine 12 würfeln. Oh, ein Iglu. Ah, ne, doch nicht. Ich bin direkt da hier. Spoiler doch nicht. Schon wieder. Das ist wirklich mein Ding hier, ne? Ich dachte es euch. Wirklich ein bisschen die Knastis angucken. Über die lachen. Bisschen toxic. Oh, von da hinten. Der gute 9. Oh, da geht's. Oh, das wird teuer. Das wird teuer. Kein Man-Ding oder was? Du musst deine Tools reparieren lassen. Oh, das ist wichtig. Nein, 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 nein. Aber das ist doch gut. Das kann richtig gut sein. Guck's dir an. Guck mal. Du kommst mal free aus dem Outpost raus. Im Gegensatz zu den Eisengolems. Okay, Freunde. Jetzt schaut zu und lernt, wie ich eine 2 würfel und damit die braune Straße fertig mache. Ah, nevermind. Wasserquelle. Das ist alles andere 1, 1, 2. Ey, ich bin auf meiner Wasserquelle. Perfekt. Ey, kann man die nicht upgraden dann? Nein, ich brauche noch die Lavaquelle dafür. Ja. Ne, das auch nicht. Ne, ne, das kann man nicht upgrade. Das ist einfach Trash eigentlich. Aber auch mit der Lavaquelle kann man da keine Häuser draufbauen. Oh, das wird teuer. 2 Dollar bitte. Taub dir Getränke mit dir. Ein Gönner, G. Tordi on TV. Das ist dein Moment. 10er. Oh. 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 Was für die Gemeinschaft. Ach, was gibt's jetzt? Oh, Mann. Nur ein Widder besiegt und ein Huni einkassiert. Verfliegst. Nur Widder besiegt. Okay, bitte. Bitte. Ich brauche auch Gemeinschaft, oder? Ne. Oh, never mind. Nein. Ja. Ey, 14. Hier du bist. Hey, du hier. Oh, danke schön. Kein Problem. Okay, 9. Wohin komme ich? Nein. Die Lavaquelle. Das ist doch sehr gut. Nein. Ja, dann nehme ich das mal an. Klar, wir waren schon immer Freunde. Ich, fürs erstes ist es mal mein, würde ich sagen. Wir können ja noch verhandeln. Das ist gut zu wissen, das ist gut zu wissen. Oh nein, nein. Oh, Eisbein. Es reicht. Natürlich wieder Tordi, der Kapitalist. Nein. Das ist wirklich verrückt. Der Typ holt sich ja alles. Das ist wirklich gottlos. Das ist wirklich gottlos. Ey, wenn man sneakt, dann kann man das Brett von oben anschauen. Wie cool. Also, wenn ihr das in den Einstellungen im Inventar aktiviert. Dann habt ihr so eine Map und dann könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr Sneak uns von oben anschauen. Okay, 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 okay. 9. Bitte, lass mich mal was coppen. Ey, das ist mein eigenes, oder? Na, perfekt. Aber ist doch heiß. Jetzt kannst du doch ausbauen. Nein, nein, ich brauche die ganze Straße. Man braucht alle von einer Farbe umhauen. Ich habe als Kind immer falsch gespielt. Hast du hier was? Hast du dich gespielt? Als Kind, als Kind, als Kind. Du bist ein Kind. Alter, ich bin... Alter, ich bin... Mann, Flati, das ist wirklich schrecklich. Wer spielt das so kriminell? Ne, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Es sind alle Straßen so gut wie weg. Oh mein Gott, das sieht gar nicht gut aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat die ganze Straße. Ja. So, was wird sich hier? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Viel Spaß, hier drauf zu kommen. Ach komm, bauen wir noch mal eins auf. Das kann nicht sein. Er baut sich die Häuser. Wir sind am Ende. Okay, 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 okay. Jetzt geht es erst richtig los. Oh, schon wieder der. Oha. Was ist los hier? Oh nein. Oh, das ist so teuer. Nicht so teuer wie auf meinen... Ja, aber ich wollte doch auch mal wieder eine Straße kaufen. Ich habe eine. Ich habe eine Straße und eine Wasserquelle. 35. 35. Bitte lass mich einfach in den Knast. Ja. Lass mich einfach in den Knast. Nein. Oh, Bahnhof. Oh, come back. Come back. Come back. Das wird sich so sicher gekauft. Ja, sehr schön. So sicher. Und jetzt wird das dritte Mal gewürfelt. Und mal zu Besuch in den Aufhaus gegangen. Okay, okay, okay. Es sieht richtig, richtig schlecht aus. Aber jetzt ist Verhandlungsgeschick dann gefragt. Na, stimmt. Und let's go. Okay, Tube and Tube. Oh, cool. Sorry, 12. Halbzeitreise einmal nach Thailand. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist nicht möglich. Oh, nein. Warum kriegt dieser Mann alle Straßen? Das ist wirklich schlimm. Gustav, wir haben wirklich unglaublich Pech. Das kann wirklich nicht sein. Nein. Ich kann gleich die Miete nicht zahlen. Ja. Oh. Ja, komm, bezahlt heute mal einen Funva. Wirklich, Alter. Wird doch mal Zeit. Oh, Junge. Willkommen auf meiner Bootstation. Ich zahl, ich zahl, komm. Aua. Aua. Okay, okay. Bitte. Was willst du? Nein, 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 nein. Okay, keine Eins. Okay, geht nicht. Eins geht nicht. Eins geht nicht. Keine Drei, keine Vier. Keine Drei, keine Vier. Du bist der Beste. Du bist der Beste. Frei parken. Schön vorbei. Aber ich glaube, wir haben frei parken Geld. Äh, aus. Gibt's sogar nicht. Dass das Geld gibt. Sonst gibt es das Geld in der Mitte. Aber ich glaube, wir haben das ausgestellt. Oh, das ist ein bisschen mies. Aber egal. Ey, ich bin an der gefährlichen Straße vorbei. Ja, wirklich. Und, äh, trotzdem vollkommen am Ende. Was geht ab? Fuffi, na klar, kriegst du. Ey. Ey, wirklich, das ist zu gottlos. Ey, Mann. Ja, hier. Deine 6 Dollar, nimm die. Oh, geil. Jetzt muss ich die eh alle gleich auszahlen, wenn ich... Ja, aber es gibt noch ein paar Straßen. Es gibt noch ein paar Straßen. Ja, das stimmt. Wir können das noch holen. Wir können das noch holen, Playtime. Oh, das wird... Oh, das wird wirklich teuer. Wie viel? Mein Geld. Sehr schön. 35. Oh, aber erst mal eine kleine Chance. Oha. Ey, geht einfach ins und auf los. Das ist ultra lacky. Ey, am Tubertstraße vorbei. Aber auch direkt wieder vorhin eigentlich. Boah, Alter. Nein! Der Wüstentempel. Tordi, wir handeln. Ich weiß, du willst den Bahnhof und du weißt, ich will den Wüstentempel. Ja, das ist wirklich so, ja. Nein, oder? Das sind die Brauden. Gustav. Nein, 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 nein. Aber natürlich legst du noch ein bisschen Patte drauf. Das ist klar. Klar, klar. Ein Zehner. Fünfer. Okay. Äh, warte mal, was? Na, okay. Ne, ne, ne. Also, generell ist das ein interessanter Tausch, ne? Ich gebe dir meinen Bahnhof, du gibst dir einen Wüstentempel. Ja, klar, klar. Aber das Ding ist, ich weiß ja nicht, was da für Lutren ist. Ich kaufe ja die Katze im Sack. Nein, nein, nein. Du kaufst dir einen Sack in der Katze. So habe ich das mal nie betrachtet. Ich weiß auch nicht. 400. 150, letztes Angebot. Nein, nein, 300 ist schon saugut. Machen wir 250. 200. 234. 234 klingt fast gut. 210. 229. 215. 221. 220 und das ist dir. Okay, Hand drauf. Okay. Hand drauf. Perfekt. 222 und der Wüstentempel gegen den Bootstationenbahnhof. Hand, komm. Zack. Komm, zack, zack, zack. Wir schlagen ein, wir schlagen ein. Let's go, Straße. Die braune ist die wertvollste. Okay. Ich glaube nicht. Ich will nicht sagen, ob ich kann, wie es weiswitemt. Nein. Oh, Fö, hab ein Dschungeltempel. Rein da. Und ich kann mir jetzt auch Häuser kaufen auf der wertvollsten Straße in ganzem Mainopoly. Wisst ihr, wie toll das ist? Ein Fuffi. Das ist ja nichts. Die sind es auf jeden Fall wert. Dann mach ich dir ein Hotel drauf. Ja, okay, okay, okay. Chill, chill, chill. Schlimmer ganz kurz, hallo. Schlimmer, chill, chill. So. Er macht Großstadt drauf, hä? Let's go. Ich hoffe, du gehst insolvent. Und jetzt muss ich... Ey, wie geil, ich hab Hotels. Du hast 300 Dollar nur noch, ne? Pass auf. Aber guck mal, wenn man da mit dem Hotel drauf geht, kostet das 450. Oha. Ja, ja. Ich hoffe, es ist so sehr, ihr geht da drauf. Doch, doch, doch. Das wäre das Comeback des Tages. So. Oh nein, oder? Nein, du bist safe, glaube ich. Ja. Oh mein Gott. Und er kriegt den letzten Bahnhof. Nein. Ja, das mach ich. Rein da. Ne, verkauf den nicht, verkauf den nicht. Ja, ja, du musst so standhaft bleiben. Du musst so standhaft bleiben. Das kann nicht sein. Das ist nicht wahr. Das geht nicht. Dass dieser Mann immer auf die freien Straßen kommt. Das ist verrückt. Toddy, ich glaube, wir müssen gleich mal reden. Ja, ja. Oh Gott, ey. Too bad, wirklich Immobilienmogul. Oh. Mit Platin? Das Investment hat sich gelohnt. 25 Tagen. Dankeschön, dankeschön. 150. Oh Gott. Ja, Toddy, ist blöd, ne? Blöd gelaufen, Mann. Würde mir echt stinken, aber freiparken kannst du. Okay, Freunde. Los geht's. Äh, 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 der Lockerste. Auf der eigenen Wüste. Würfel gut, Würfel gut, Würfel gut, hey, hey, hey. Hip, hip, hurra. Oh, das hast du so verdient. Das hast du ehrlich verdient, Toll. Das hast du wirklich ein bisschen verdient. Winnie, 180, lecker, lecker. Wow, schmeckt. Du auch noch? Äh, nö. Also, erst mal nicht. Erst mal nicht. Oder? 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ah, unterschätzt das mal nicht. Wow, besser ist es. Ah, guck dir das mal an. Uh, raus aus dem Outcours, so free. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oh, 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 nein. Ja, ja. 450. Das hat sich so gelohnt. Das ist unglaublich. Das hat sich so gelohnt. Und die Hotelkost sind wieder drin. Komm, lass rüber, Max, nicht Spaß. Nee, ich hab Angst. Alter, Vater, ne? Ich brauche einen Dice. Wie? Oh. Mm. Oh, Chancekiste, Chancekiste, Chancekiste. Was ist das denn? New Station. Oh, nee. Auf die nächste Station und doppelt so viel an Rente auch. Natürlich. Oh, mein Gott. Rosa, was sagen wir dazu? Oh, mein Gott. Das ist eine 200, oder? War das nicht mal von dir? Wie viel habe ich dir dafür gezahlt? Warte, lass mich kurz nachdenken. 200, oder? 222. Ja. Und ich gebe dir 200. Ich bin noch 22 im Plus. Platin. Ja. Du besitzt die Bastion. Habe ich recht? Und ich hätte gerne die Bastion. Und weißt du, was ich dir dafür anbieten würde? Was könntest du mir anbieten? Die Lava-Quelle. Weil dann hättest du beides. Und es gibt mehr Cash. Äh, ich weiß nicht. Guck mal, eine unendliche Wasserquelle und 130 Dollar. Machen wir 200 draus. Machen wir, ich denke, das ist offensichtlich 187 draus. Okay. Nee, das klingt so schön. Das machen wir. Machen wir. Let's go. Ist ein Deal. Ist ein Deal. Nein, das ist schlecht. Das ist echt. Das ist ein Deal. Freunde. Ich rieche was. Alles blau. Ja, du riechst. Das ist die erste Straße. Der erste. Es wurde sich was gekauft. Oh. Mein Kammel kommt noch rein. Oh. 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 Oh nein. Das ist hab ich Platin. Das ist wirklich gar nicht gut. Und der Mann investiert auch irgendwie direkt. Was macht er? Er macht es noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird richtig teuer, ne? Lektar. Das ist der hat gerade mein Comeback zerstört, ne? Das wären 500, wenn wir drauf kommen. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh Hallöchen. Was kostet der Spaß? Komm mal raus. Also. 500? Nein. Wirklich? Wir verstehen uns doch gut. Du kannst mit E im Inventar checken, wie viel du bekommst. Mit Hotel sind es 950. Einen überraschen, alles gut. Too bad. Komm, nimm. Reden wir nicht drüber. Hab ich doch. Hab ich doch locker. Hab ich doch locker. Nein, Platin. Das ist ja wirklich. Oh, den los. Platin. Aber du kannst es dir doch leisten. Du lebst. Du lebst. Platin. Ich fühle mich wirklich ein bisschen verarscht, ne? Platin. Du hast ja noch so eine blaue... Du hast ja noch so eine blaue Arsch. Ich hab gar nicht jetzt nächste Turns, mir egal. Ich lass... Nee, nee, nee. Na, 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 na. Oh. Wollte den 2 oder 3. Sehe ich das richtig? Oh, shit. Ich kann es mir fast nicht leisten, ne? Vielleicht gehe ich bankrott. Vielleicht ist es die dümmste Teilung meines Lebens. Aber natürlich gehen wir da rein. Keine Chance, Tony. Ich bin offen für einen kleinen Handel. Oh, Gott. Da nimmt sich der Toy rein. Oh, Gott. Ich hab gleich nicht mehr gesehen. Oh, Gott. Hi. Wie viel sind es? 750? Was heißt die Kohle, Jungs? Was heißt die Kohle? Sind es 750? Das ist bankrott. Du musst mir was abdrücken, mein Lieber. Musst du in die Hypothek oder so? Ja, muss er. Wie soll ich denn da rankommen an 750? Wie sehe ich denn aus? Hey, du hast richtig viele Straßen. Du brauchst noch 200. Wow. Noch 51. Okay. Du hast Geld. Du hast Geld. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, Tordion TV. Ah, ja. Tordion TV. Kann man noch ein zweites Hotel draufballern? Ist das gottlos? Too bad. Jetzt wird es frech. Wirklich. Ey, wir haben alle kein Geld aus... Was ist da los? Ja, too bad ist... Ich glaube, das ist klar jetzt, oder? Oh, oder? Das ist gut, glaube ich. Das ist sehr gut. Mom! Also müssen wir uns irgendwie zahlen. Ja. Ey, wenn ich jetzt zahlen muss, dann ist es wirklich klar. Dann habe ich irgendeinen Flur auf. Klar oder klar? Aber du hast noch 3 Dollar. Du hast noch 3 Dollar. Ich habe 3 Dollar. Nächste Pizza geht auf mich. Du bist echt der beste Platin. Du bist echt der beste. Nächste Pizza, nächste Straße, bitte. Nächste Hochhaus. Oh, Junge. Ich weiß nicht, der dich über die Klippe geschossen hat. Ach so? Oh. Ja, ich muss ein bisschen verkaufen. Warte mal ganz kurz. Ja, du brauchst ja nicht so viel Geld, oder? Ah ja, stimmt. Wenn du nicht zahlen musst, dann warte mal. Wie mache ich das jetzt hier? Dann exit Property Management und dann bitte einmal bezahlen, mein guter Freund. Ah, okay. Vielen Dank für die 22 Dollar. Ey, Jungs. Wirklich, wenn ich kurz vor Bankrupt gehe, dann werde ich irgendwie mich opfern für jemanden. Da muss ich irgendjemanden reinhören. Wir müssen gegen Too Bad. Wirklich. Ich werde mitziehen, Alter. Oh nein. Nein. Ja, Ents. Too Bad. Mein Macher. Es wurde Zeit. Seid ihr bereit für den Downfall von Too Bad? Oh. Ja. 450 Taken. Nicht vor einem Taui. Cringe. Yo, sorry. Entspannter Sechser, C-Fix. Oh, das ist aber gut. Das ist sehr gut. Toadie. Oh mein Gott. Hast du Interesse daran zu handeln, Mandeln? Er kann es nicht kaufen. Oh. Du musst es zur Auktion. Ja. Oh, es wird versteigert. Es wird so versteigert. Ich biete meine Freunde der Sonne für dieses wunderbare Ding. Wie viel hat es denn gekostet? 220. 220? Ja. Ist mir das wichtig? Nein. Nee. Gar nicht. Nee, nicht so. Doch, geht eigentlich. Doch, natürlich ist dir das wichtig. Hab ich jetzt einen Honig ge... Oh. Na gut. Platin, wie viel bietest du? Irgendwas stimmt hier nicht, Freunde. Bo, du hast nicht so viel. Du kannst nicht überbieten. Du musst Withdrawal machen. Du hast kein Geld. Es geht nur zwischen Too Bad und mir. Du bietest 200 Dollar. 200 und 1 Dollar. 200 und 1 Dollar. Ach, nee. Ach, nee. Ach, toll. Du musst auch Withdrawal. Ja, ich muss immer... Ja, ja. Warum hab ich überhaupt geboten? Hä? Okay. 202 Dollar. Nein, Metz, bitte nicht. Du könntest auch ein bisschen schneller mal hier. Gustav, du weißt, Too Bad wird spammen. Oh, ich mach kein Honig mehr rein. Kannst du dir sicher sein. Viel Spaß mit deiner Straße. Na, Alter. Das war so unnötig. Wieso trau? Dreckst du da drauf? Die bringt dir auch echt gar nix, ne? Weil du hast da kein anderes aus. Aber wenn du es hättest, dann hätte ihm nur noch das hier gefehlt. Weil wenn er bankrott geht, dann wären ja alle frei, oder nicht? Bin mir nicht sicher, ja. Kann schon sein. Oh, nee. Oh, nee. Oh, Gott. Pufi auch noch. Jetzt musst du mir wieder was zurückgeben. Jetzt reicht's mir. Ja, ist schon okay. Bitte. Frosch. Ich flehe dich an. Du hast mir jetzt nur Pech gebracht, okay? Bitte. 6, 8, 9, 6, 8, 9, 6, 8, 9, 6, 8, 9. Das ist nicht wahr. Das war's, oder? Das war's. Ja, ich bin nicht letzter. Wie viel sind das? Was ist das? 750. Platin, verkauf alles. Verkauf alles. Du kriegst das hin. Verkauf alles. Reicht das? Nein. Also, du machst eine Boutique drauf. Verkaufst das ja. Das war's, oder? Du musst 750 bezahlen. Du hast 486. Platin, du hast die Möglichkeit, dich noch am Leben zu halten. Das musst du nutzen. Ja, wenn... Also, too bad, machst du das? Willst du das? 400 Tacken, ich geb mir nur das hier. Ich geb dir den Rest, damit du überlebst. Okay, dann machen wir das. Gott, und das ist unser Todesurteil, glaub ich. Warte, 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 du musst alles für die Hypothek drauf machen, weil du hast drei Tacken. Ich bezahl keine 750 dafür. Ja, ja, ja. Okay, gut. Oh Gott, nee, das ist gar nicht gut. Platin, du hast uns alle in den Tod mitgerissen. Du hast uns alle mitgerissen. Ich muss irgendwie... Der Mann hat die blaue Straße. Ich gebe ihm wenigstens eine Chance. Und jetzt musst du trotzdem noch bezahlen, oder? Ja, du musst bezahlen. Und das ist 2 Dollar, Mann. Du hast 2 Dollar. Aber? Ist in Ordnung. Ich lebe noch. Ich bin ein Tote für ihn. Too bad. Oh Gott. Ja. Hast du Lust zu handeln? Ich besitze eigentlich tatsächlich nur ein Grasland. Also kannst du mir nichts geben. Grasland und das Rote hier. Crimson Forest. Das ist geil. Das beides zusammen ist stark. Ja, das stimmt. Ja, 2 für 1 würde ich gerne nehmen. Ja, komm, warum nicht? Und du legst noch einen Hunni drauf. 75. 81. Und ich gebe dir einen Gunnergy aus. Ah, Deal. Okay, Deal. Das war wahrscheinlich richtig dumm. Okay, Offer Trade. Trade Offer. Guck mal, du kriegst diese beiden Straßen. Grasland und Crimson Forest. Und ich kriege dafür nur das und habe mein zweites Color Set complete. Schön. Und wisst ihr, was das bedeutet? Es werden Hotels geholt. Also Häuser. Du bist sicher, dass du es jetzt machen willst? Ja, das werde ich bestimmt nicht bereuen. Gustav, bitte. Kurz gefolgt auf meine Sachen kommst da vorne. Egal. Gustav, ich glaube an dich. Du schaffst das. Ich glaube auch an mich, Mann. Das wird. Was machst du? Das... Oh mein Gott. Ich habe 42 Dollar und ich bin mir sicher, das reicht. Okay. Jetzt ist es wirklich... Platin, Platin. Du schaffst das. Comeback. Bitte. Du hast 2 Dollar. Du kriegst es hin. Ah, okay. Trotz im Pubel. Das war's, ne? Ja, also. Ey, Platin. Es war sehr schön. War schön mit euch. Eine Runde. Eine Runde war noch angenehm mit euch. Aber jetzt muss ich gehen. Nein. Bankrupt. 5, 7 und 8 würden mir Probleme machen. Zum Glück würfel ich nichts davon. Das teure, das teure. Ey, vielleicht werde ich noch weiter. Das wäre schick. Das teure. 900 Tacken. Weso hast du dir Häuser gekauft? Viel Spaß hier alle zu verkaufen. Oh nein. Nein. Okay, 900 Dollar kriege ich aber zusammen. Finde ich gerade voll cool. Die Botheke kannst du eigentlich direkt auch mal mit drauf bauen, ne? Äh, ja. Wie viel brauche ich? 900? Ja. Mh, kriege ich zusammen. Oh, yo. Das ist doch gar kein Problem. Und ich habe immer noch meine braune Straße, weil die, die bringt mich wieder zurück. Ich bin noch da. Ich bin noch am Leben. Oh, ich habe einen Parsch gewürfelt. Aber ich bin weg von dir. Ich bin weg von dir. Ich habe noch 77 Dollar. Hier, 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 hier. Bitte jetzt Renovierungskosten oder so. Bitte Renovierungskosten. Komm, gönn was. Gönn bitte was. Das kann nicht das Ende sein. Oh, oh. Ancient City und Warden hatte keine Chance. Warden hatte gar keine Chance. Freunde, wenn euch die Folge bis jetzt gefällt und ihr noch dran glaubt, dass ich das irgendwie noch hole, dann lasst sehr, sehr gerne jetzt noch ein Like und ein Abo da. So sehe ich auch, dass ihr Spaß an dem ganzen Ding habt. Und vielleicht machen wir dann nochmal einen zweiten Part mit anderen oder mit denselben Atzen. So, Gustav. Okay, wir sind vor der Two-Bad-Straße. So gut wie alles ist echt schlecht. Aber drei, fünf und sechs würden wir dann fast, ich würde sagen, das Genick brechen. Ja. Das ist nicht wahr. Das ist der Wahnsinn. Das ist nicht wahr. Juhu. Okay, dankeschön. Hey. 900 aber nur. Nur? Hä? Das krieg ich nicht rein, oder? Ähm. Äh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Also. Das sieht aber gar nicht gut aus. Ähm. Was ist denn mit Gustav los? Too bad. Das sieht aber gar nicht gut aus. Wir waren immer gute Freunde. Äh. Möchtest du mit mir 150 traden? Ja, das ist sicher. Was hättest du denn gerne? Sub Sub, ich gebe dir ihn. Und dafür brauche ich von dir, wie viel zahle ich dir? Ich muss auf dich drauf drücken erstmal. Okay, okay, okay. Das ist ein guter Deal, wie ich finde. Dankeschön. Und ich bin noch am Leben. Das bezahle ich dir doch gerne. Ich habe 0 Dollar. Ich habe keinen einzigen Cent in der Tasche. Stay in a life. Na, acht? Oh Gott. Oh Gott. Toddy. Ja, Toddy. Ich glaube, das war es mit dir. Wie viel sind das? Nein, 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 nein. Hä, 750. Geht fit? Let him cook, let him cook, ja. Du willst nur nicht dritter werden. Nein, nein, nein. Mann, Mann, Mann. Ist das kompliziert, wirklich. Ey. Plus, nehm ich mit Kusshand. Ist das gottlos. Das ist ja easy, dude. Du hast die komplette Straße jetzt mit deinen Köpfen. Los, komm, komm. Wo bin ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. I'm still standing. Wo befinde ich mich? Yeah, yeah, yeah. Dass ich lebe. Ja. Lebe ich? Lebst du? Ja. Ich lebe. Wow. Ich bin noch da. Ich habe kein Geld in der Tasche. Aber du bist glücklich. Aber ich bin unendlich glücklich. Das ist, das ist, das ist... Lässig. Oh mein Gott. Lässig. Toddy. Okay. Das könnte ein Ende sein. Und er kriegt es nicht mal mit. Drei oder fünf könnte er alles beenden, ne? Nein, nicht bei mir. Wow. Das wird sau teuer. Ja, hau rein, Digga. Hau rein. Wie viel? Ta... Ne, 1300. Lass mich hier raus. Mach die Barrier-Blöcke weg. Mach sie weg. Hilfe, ja. Sie kommen näher. Oh mein Gott. Und TuBed kriegt alles. Digga, wir haben alles. Ganz Monopoly? Nein. Ein kleines Tor. Leistet Widerstand. Ja, GG. Ich bin dritter. Und ich nehme den dritten Platz. Wie in Tata Kaif. Genauso ehrenvoll an. 11. Oh, der Mann lebt. Der Mann lebt. Wie lange wird es dauern, bis Gustav dem letzten Todesstoß... Ich lebe noch. Ich lebe noch. TuBed. Ladies and Gentlemen, willkommen zum Ende des Videos. Ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Wenn er es ablehnt, dann bist du tot. Dann hat er gewonnen. TuBed, ich will einfach, dass du Geschichte schreibst. Und als erster Mensch jeder einzelne Straße besitzt. Das will ich dir gönnen. Deswegen verlange ich von dir 1 Dollar und gebe dir dafür alles von mir. TuBed, du hast es dir verdient, Mann. Habe ich dabei. Du hast es dir verdient. Du bist ein Champion, weißt du. Der hat uns ausgeraubt. Der hat uns ausgeraubt. Aber am Ende des Tages ist er halt einfach der cleverste von uns, weißt du? Nimmst du dieses Angebot an? Das fühlt sich an wie ein Heiratsantrag. Er hat Ja gesagt. Dankeschön. Let's go. Seid ihr bereit? Es war schön mit euch zu spielen. Es war so schön. Herzlichen Glückwunsch, TuBed. Zum ersten Gewinner in Minecraft Monopoly. Herzlichen Glückwunsch. Gut gespielt. Das ihr verdient. Das war wirklich stark. Das war stark. Das war stark. Freunde der Sonne. Wenn euch diese unfassbar geile Map gefallen hat, dann schaut euch sehr, sehr gerne als nächstes noch jetzt das Video in der Endcard an. Ansonsten dicke Shoutouts natürlich an die Ersteller. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, falls ihr das Ganze selber mal ausprobieren wollt. Wir sehen uns dann als nächstes am Donnerstag wieder. Bis dahin. Haut rein. Und ciao. Ciao.